Musik Hey, look, listen, watch out! Track and Field, ein alter NES-Klassiker und an meiner Seite wieder in diesem 101-Jamaica-Jack. Ja, hallo. Und wir haben schon mal in der Runde Track and Field gespielt, aber leider hat das Aufnahmegerät versagt, was sehr, sehr, sehr schade ist, weil da unter anderem ein 100-Meter-Welt-Record gefallen ist und einige Nice-Shots im Bogen schießen. Ja, tatsächlich, 600 Punkte, das war Bullseye. Zweimal hintereinander, so. Zweimal hintereinander, tatsächlich. Das war so großartig, dass du sogar den letzten Schuss verpasst hast, aber es hat gereicht. Ich hab mich so gefreut über den, dass ich den letzten Schuss verpasst habe, sonst hätte ich Weltrekord anfallen können. Aber Track and Field ist ein so motivierendes Button-Mesh-Spiel, dass wir uns noch eine Runde gönnen. Ja, mein Arm tut auch nur so halb weh. So. Also starten wir ins Spiel. Zwei Players. Track and Field ist ein altes NES-Spiel von Konami, wie wir hier sehen. Ob der Konami-Konk funktioniert? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie der auf der V-Mode geht. Ich auch nicht. Wir haben acht Disziplinen vor uns und es geht immer darum, sich zu qualifizieren, damit man die nächste Disziplin überhaupt antreten darf. Wenn man sich nicht qualifiziert, ist man raus und da ist das Spiel teilweise gnadenlos, in denen Disziplinen, wo es keine drei Möglichkeiten gibt. Genau. Zum Beispiel Hurdles oder auch den 100-Meter-Dash, wobei der relativ einfach ist. Genau. Okay, ich bin Player 2, der hier natürlich oben ist und du bist Player 1 im Vordergrund. Was war es hier? Zwei oder eins? Zwei. Diese Spannung! Unglaublich! Kein Füllstart! Gehe ich in die Führung! Nein! Wird das der Weltrekord? Ich schaffe nicht mal 1000 cm pro Sekunde, ey! Bin ich langsam! 1200 und... 9, 6, 5, neuer Weltrekord! Unglaublich! Spürst du es? Ich spüre es! Die dominierende Macht in der ECW! So, jetzt muss ich mich erstmal... Okay, nicht zu lange warten, sonst wird das automatisch ein Foul, aber... Jetzt hat das! Das war jetzt das Wichtigste des Tages! Ah, Foul! Ich hätte auch jetzt auch warten können! Also man sieht schon, die große Kunst von Jamaika Jack ist das Button-Märchen. Ja, mehr kann ich noch nicht. Wir spielen nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln, aka Stifte oder Game-by-Advanced-Spiel-Module. Münzen ist immer gut! Münzen, ja, aber man macht doch echt was kaputt, glaube ich. Man muss auch ein paar Opfer bringen! Ja, finde ich auch! Oh, der war gut! Nein, nein! Also, also... Ja, ich gehe nur auf die Qualify! Ja? Ich gehe nur... Das war ein Sicherheitsjump von, ähm, USA Bowles! Ja, vielleicht soll ich auch einen Sicherheitsjump reinschmeißen? Ja, der war sicher. Ja, der war sicher. Damit du im letzten noch auf den World Record angreifen kannst. Ja, ich weiß nicht, ob du im World Record... Aber zumindest besser als du! Ja, das sollte... Das ist auch der einzige World Record, der, äh... Zählt, ja. Wichtig ist, ja. Ah! Komm schon! Ah, wunderschön, wie du immer die Linie triffst. Ja, das mache ich ganz... Tatsächlich, wenn du sie triffst, ist ja in diesem Spiel falsch. Ja, ja. Foul. Aber ich brauche ein bisschen mehr... Wie schnell du anläufst! Unfassbar schnell Anlauf und... Schönes Ding! Schönes Ding und... Ja, fast 8 Meter. Ja, das ist, äh... Nicht unsere beste Leistung heute, aber ist okay. Ja. Jetzt, der Hürdenlauf ist die nächste Disziplin. Ja. Und hier ist es... Ach, ich bin... Ja, du musst noch. Ja, ich greif natürlich noch an. Aber du kannst schon mal über den Hürdenlauf erzählen, denn... Ja, beim Hürdenlauf ist quasi wie 100 Meter Dash, nur dass wir zwischendurch... Äh, erstens laufen wir 110 Meter. Ja. Und, ähm... Zweitens müssen wir zwischendurch immer die Obentaste drücken, damit wir springen. Und, äh, je nachdem, wie man diese Obentaste drückt, äh... Fliegt man auf die Fresse und das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Also am besten, äh, ein... Ja, der macht einen Frühstart! Ich erzähle hier noch was und der macht einen Frühstart! Einmal auf die Fresse fliegen und man ist quasi raus. Ja. Hier ist auch nicht so wichtig, Button-Mashing-Haus-Timing gezählt. Ein bisschen mehr. Guter Start! Ah, okay. Nein! Nein! Da gibt er mir die Möglichkeit noch aufzuholen! Nein! Come on! Ich glaube, ich bin vorne! Nein! Ich muss es schaffen! Ich muss es schaffen! Ich muss es schaffen! Ja! Haben wir Qualify beide geschafft? Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Also mit Einmal fallen geht's mit Glück. Ich bin immer verwirrt, tatsächlich, wer Erster ist, weil man versetzt läuft. Ja, es ist schlimm. Ich gucke dann immer auf die Zahlen und... Aber, äh, so, jetzt... Sperrwurf! Javelin! Javelin! Javelin ist einer der einfacheren Disziplinen, gemeinsam... Oh, der war gut! Schönes Ding, 44 Grad. Wir haben noch nicht ganz gerafft, wie man hier auf die wirklich guten Würfe kommt, also die 90er. Welche Gradzahl oder, äh... Also viel mehr Geschwindigkeit kann ich leider nicht als 1200. Ja. Aber ansonsten ist... Oh, der war sehr flach. Aber ansonsten ist Sperrwurf eine der einfachen Disziplinen, weil man auch einfach drei Versuche hat. Genau. Und die, wo man drei Versuche hat, sind fast immer die einfacheren, wenn man jetzt mal von Ski-Schießen oder, äh, Bogenschießen absieht. Mal gucken. Das war eigentlich wieder ein gutes Ding, also ich weiß auch nicht so viel, ehrlich gesagt, was man da besser macht. Ob ich mehr oder weniger machen soll, aber... Also vom Grad her, okay, das war jetzt besser, also. War ein schöner. Ich weiß nicht, wie ich gerade eben habe, ein 46? Ich glaube, ein bisschen, bisschen mehr, ja. Oh, der war richtig spät, abgeworfen, das war gut. Und 45? Ist das der perfekte Winkel? Vielleicht, ja. Also du musst ja sehen, dass ich weniger Anlaufgeschwindigkeit habe als du, also. Ja, eben, also 45 vielleicht anpeilen. Ja. Oh, der war schon... Ach, komm. Muss auch nicht, muss auch nicht. Nee, muss auch nicht. Wie weit komme ich? Ja, um die 80. Na, komm. Das, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Also man muss sagen, Track and Field ist schon ein sehr anstrengendes Spiel. Ja, ich bin für sich auch schon, äh... Am Ende. Verstirrt. Ich freue mich schon auf Skeet-Schießen. Ja. Das ist das Nächste, oder? Ja, ich hoffe, ich schaffe es dieses Mal. Also Skeet-Schießen, man hat zwar die Möglichkeit, rechts und links zu schießen, aber ich empfehle weiterhin, dass man sich nur auf den, äh, den Rechten konzentriert und bis zum Blauen schießt, weil wenn man das Blaue abräumt, hat man es so gut wie geschafft. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, während hier noch der Loading-Screen läuft und Laufen ist in diesem Fall ernst zu nehmen. Ja. Äh, fängst du an, ja, ne? Ich glaube, ja, ich... Okay, mach es. Ihr seht, mit jedem Schuss werden die Dinger schneller. Und jetzt kommt der Blaue. Ah! Da habe ich einen anderen getroffen. Gibt's nicht. Komm, du kannst es noch schaffen, du warst gut. Ja, hast es. Nice. Da war sogar Potenzial für richtig was Gutes dabei. Ja, hätte ich einen Blauen getroffen, wäre es richtig gut gewesen. Aber, äh, ich bin froh, dass ich mich qualifiziert habe. Das ist meine große, äh, Angst. Das ist das erste Mal, dass du es schaffst hier, ne? Ja. Scheiße, dass ich den Blauen nicht getroffen habe. Ja, das ärgert mich jetzt doch sehr. Ah, da trifft er ihn. Und er bleibt drin! Unglaublich. Nein! Alter, das war auf dem Weg zum Weltrekord. Das war auf dem fucking Weg zum Weltrekord. Ja, ja. Wenn man den Blauen trifft und dann alle, dann kommt noch mal ein Blauer. Genau, klar. Und wenn ich den dann kriegen würde, dann bist du echt beim Weltrekord. Aber Skeet schießen kann ich, komischerweise. Das ist auch meiner Meinung nach immer sehr unfair, wenn man ganze Button matcht und dann plötzlich Skeet schießen muss. Ja, auf, dann auf präzis... Ah, warum geht der da... Da habe ich schon wieder den falschen getroffen. Warum geht der da auf das andere? Und wenn man einmal raus ist im Skeet schießen, ist das ganz, ganz schwer wieder reinzukommen. Aber du hast es jetzt langsam. Ja, ganz knapp jetzt nicht die Qualifier geschafft, aber ich glaube... Es wird besser, es wird besser. Ja. Was du da mit der Sonnenbrille machst, weiß ich nicht. Ich schiebe sie mir vor den Mund. Also so sieht es aus. Womit macht er das? Also er hat scheinbar keine Nase, das ist der Trick an der Sache. Ah, macht er es mit seinen ominösen Augenbrauen oder was? Ich glaube, das ist der... Nein! Nein! Das ist das Problem, warum mein Skeet-Schießer schlechter ist als deiner. Weil meiner hat keine Augenbrauen. Er ist Michael Jackson, er hat keine Nase. Das stimmt, er hat wirklich keine Nase, aber er hat ein Schnurrbart. Aber deiner geht auch nach oben. Und deine nach unten. Ja, meiner schiebt sich die vor den Mund. Er will nichts sagen. Ja, er will keinen Sonnenbrunnen auf den Mund kriegen. Und keine Interviews geben. Ah, das war's, das war's. Aber ich bin froh, dass wir in der nächsten Runde wieder zu zweit antreten können. Dann sind wir beim Dreisprung, wenn ich nicht irre. Der sehr nah an dem Weitsprung dran ist. Man hatte auch wieder drei Versuche. Den sollten wir schaffen. Ja, ich hoffe. Ich hab's noch nie gemacht, aber ich krieg das hier. Ja. Also oben links seht ihr auch die Highscore, die zusammengezählt wird aus all den Scores, die wir hier erzielen. Ah, schon wieder. Unglaublich. Unglaublich. Das ist es. Nein! Ach. Ach. Das war gut, das war gut. Der eine von links hat mich verwirrt. Ja. Weißt, hätten die weiter von rechts geschossen, wäre es gut gewesen. Und dann kommt der von links reingehauen und du kapierst es erst nicht. Scheiße, aber 3800 war nice. So, jetzt bin ich wieder bei dem Triple Jump. Falsche Taste, kann man mal machen. Schön. Ja. Sehr gut. Boah, das ist doch qualifiziert. 15 Meter Qualify, das ist alles, was wir hier wollen. Ja, die Skala fängt bei 13 Meter an und wir müssen auch nur 13 Meter. Also solange wir es ins graue Betonbett schaffen, sollten wir qualifiziert sein. Ach, fuck it. Warum bin ich weiß? Warum? Warum bin ich weiß? Ja, das ist ja eine gute Frage. Warum bist du weiß? Moment, ich war doch die ganze Zeit schwarz. Du warst gerade eben der Schwarze. Jetzt bin ich auch weiß. Also ich war ja schon immer weiß. Ich dachte, wenn ich jetzt schwarz bin, wer weiß. Ach, wer weiß. Aber du bist auch ein anderer Charakter, oder? Ja, ich hatte vorher auch keinen Schnurrball, oder? Ja, ich weiß nicht. Gefühlt sah dein Charakter auch anders aus. Aber bei mir ist es irgendwie deutlicher. Ja, du... Weil ich jetzt auf einmal weiß bin. Du hast dich albinisieren lassen, wie wir aus einem tollen Iron Sky Film kennen. Oh nein, hör auf. Du hast aber ein blaues Trigger. Also wir können uns unterscheiden. Das ist aber wichtig. Ja, das ist richtig. Ich habe auf Sicherheit versucht, aber... Der war auf Sicherheit. Reicht, reicht. Ja, ich weiß nicht. Bei dem Weitsprung und dem Dreisprung sind wir doch sehr, sehr weit vom World Record entfernt. Also, vor allen Dingen beim Dreisprung noch. Aber den Qualify schaffen wir hingegen immer. Sah ganz gut aus. Ja. Ja, 15. Ja, ich weiß nicht. Ja, ja, keine Ahnung. Es ist auch schwer. Ich weiß auch nicht, ob man 3x45 Grad treffen muss, oder vielleicht 45. oder 40, 30, 40 oder sowas. Vielleicht gibt es da einen Guide von Konami zu. Ja, man sollte ihn vielleicht mal auf Wikipedia nachlesen. Das war schön. Das war besser, ja. Aber trotzdem mehr als 2 Meter vom World Record entfernt. Das ist viel, tatsächlich, ja. Du hast jetzt schon die Highscore übrigens oben links. Die liegt standardmäßig bei 50.000, glaube ich. Du hast sie aber auch schon geknackt. Okay, jetzt... Dein erstes Mal hier beim Bogen schießen. Ich muss den Wind... Erstmal den Wind einstellen, da kannst du jetzt aber nichts. Ah, 0. Das ist schon alles, was ich will. Du musst länger drücken, damit du die Angle kriegst. Ah, ja, 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 ja. Ich hab's wieder, äh, vergessen. Genau. Okay, das war jetzt. Und jetzt das Timing. Also, wie gesagt, du schießt zum ersten Mal Bogen. Dementsprechend musst du das noch ein bisschen lernen. Das war ein sehr guter Schuss. Es geht nämlich darum, dass man sowohl das Timing, richtige Timing hat, guter Schuss, als auch die richtige Angle, weil es muss bei Strich 5 ist genau die Mitte und damit kann man natürlich auch nur Bullseye treffen. Und wenn man perfekt Angle 5,0 hat und die Mitte trifft, gibt's Nice und 600 Punkte. Gucken, ob ich das nochmal erreichen kann. Ach. Du hast noch einen Schuss. Ja. Das wird also diesmal nicht reichen, aber ich hoffe, du konntest Erfahrungswerte mitnehmen für Runde 2. Ja, ich hoffe, ich krieg das hin. Ich wär gut, wenn wir das komplett beide schaffen würden. Oh, 2 nach unten. Ja, da merkt man direkt den Wind. Eindeutig, der Wind, der stellt mir hier ein Bein. Die Angle war perfekt. Ja, du hast auch eigentlich sehr gut getroffen. Also, 345 Punkte ist zwar nicht viel dafür, dass du so gut getroffen hast, aber... Ja, 400 ist, wenn man Bullseye trifft und wenn man dann perfekt Bullseye trifft, ist es 600. So richtig, ja, ja, genau. Irgendwie. Dann kriegst du auch so ein schönes Nice eingeblendet. Mal gucken, ob wir das heute noch sehen. Oh, fuck. Heißt das eigentlich auch Bullseye beim Bubenschießen? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nein. Oder beim Dart. Wahrscheinlich schon. Aber, äh, wir nennen es mal so. Ja, wir nennen es mal. Die Mitteltreffen. Bleiben wir doch mal beim Deutschen. So, jetzt muss ich aber einen sehr guten machen, sonst schaffe ich die Qualify nicht. Nee, nee. Aber, ich bin noch zuversichtlich. Ja, man kriegt relativ... Selbst wenn man relativ gut schießt, kriegt man nicht so viele Punkte. Nee. Man muss schon einmal wenigstens so richtig treffen. Ja. Schöne Enkel 5,5. Aber wenn du konstant über 300 schießt, hast du es auch. Der war sehr spät. Oh, der war spät. Ah, okay. Ja, wir haben ein bisschen noch ein bisschen in der Trainingsphase, aber... Schön. Also, es ist konstant, dass über 300 schießen ist... Sehr später Schuss. Abogenschießen ist wirklich, ich würde sogar sagen, die schwerste Disziplin. Fast außer Hochsprung, was noch danach kommt. Weil ich Hochsprung noch nicht ganz geklärt habe. Oh, nice! Da sieht man es. Oh, jetzt musst du nochmal. Zwei Schüsse... Einen Schuss hast du noch? Schönes Ding. Einen Schuss hast du noch. Den machst du. Den machst du. Ah, das reicht. Jo, knapp geschafft. Boah. Schön gemacht. Da hat mir nice den Arsch gerettet, sozusagen. Ja, das nice hat dir wirklich den Arsch gerettet. Ich habe natürlich ganz am Anfang den guten Wind gewürfelt. Ja, das stimmt. Aber okay. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, ehrlich gesagt. Aber ich schieße den ersten immer scheiße. Vielleicht auch, weil der Wind dumm ist. Nur den ersten. Ja, ich schieße schon ein bisschen mehr scheiße. Du hast schon recht. Aber mit Null Wind ist es auf jeden Fall am einfachsten, da auch in die Mitte reinzukommen. Ich denke auch, dass das der große Vorteil ist, Null Wind. Ja. Ach komm, das war Bullseye. Aber mindestens mehr als 350 Punkte hier. Es lag jetzt. Komm. Ach komm, ey. Aber ich habe die fünf. Ja, der Grad zwischen. Habe ich raus. Weißt du, die Engel habe ich raus, aber. Das ist auch wichtig, aber. Oh, der war gut. Einen Schuss noch. Der Unterschied zwischen 400 und 600, das ist unglaublich. Jawohl. Gepackt. Und damit sehen wir beide die letzte Disziplin, was schon mal sehr gut ist. Ja, ich könnte mich jetzt mal verbessern oder mich miserabel blamieren. Mal sehen. Ja, ja, nimm mal mit. Aber du hast ein Nice gepackt. Und das hat dir ja auch wirklich den Arsch gerettet letztes Mal. Aber jetzt wirst du schon wieder besser. Man sieht, natürlich ist bei Track and Field sind vor allem diese Disziplinen, also Skitschießen und Bogenschießen, sehr viel Training. Und wenn man das drei, vier Mal gespielt hat, dann wird man da auch echt besser und schafft das dann auch meistens. Also sind wunderbare Schüsse. Und ich glaube, du wirst die Qualify auch nochmal locker packen. Das war ganz solide jetzt. Oder? Ne, packst du nicht. Also da sieht man, oder hast du noch einen Schuss? Einen Schuss hast du noch. Ja, hast du locker gepackt. Ja, reicht. Nochmal verbessert sogar. Und 30 Punkte, unglaublich. Ist alles gut für die Highscore oben links. Ja, genau. Vom Weltrekord sind wir tatsächlich noch ziemlich weit entfernt. Schuss hat man insgesamt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, also acht Schuss. Ich glaube, man hat auch noch einen, wenn der letzte weg ist schon. Also vielleicht auch, ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, der zählt dazu. Oh, nice! Jetzt müsste man acht mal sechs rechnen, dann wüsste man, wie viel man maximal bekommen kann. Aber, ja. Ah, das ist schon spät. Das ist schon, ich weiß nicht. Wo ist mein Handy eigentlich? Ah, der dort wird nice! Ich will dich schon wieder feiern. Oh, der war gut. Jetzt hat er noch einen? Wie viel Kraft schafft er? Nee. Der war nix. Habe ich noch einen? Nee. Aber 3.150, kann man nicht meckern. Aber ihr seht, auch mit zweimal nice ist man noch nicht beim Weltrekord. Da muss man schon dreimal oder viermal schaffen, glaube ich. Oder sonst halt nur 400er, aber... So, jetzt sind wir beim Highjump. Der funktioniert im Wesentlichen wie der Weitsprung, nur irgendwie anders. Ja, wir haben es noch nicht so richtig raus, aber das war es nicht. Jetzt warst du zu nah. Ich war zu nah, okay. Ich lerne ja noch. Wir wissen auch noch nicht, wie man die Höhe höher stellt. Also, beim ersten Versuch wurden zweimal 2,26 gesprungen. Ja, also, wie soll man da den Weltrekord schaffen, fragt man sich natürlich. Ach, was macht er denn da? Warum fährt er sich denn da schon aus? Ich hab... Vielleicht muss... Keine Ahnung. Ich bin total überrascht, dass ich das... Mittlerweile habe ich das einmal geschafft, eben, als die Aufnahme uns abgeraucht ist. Genau. Und ich weiß nicht, wie. Ja, du hast es sogar zweimal geschafft, nur... Niemand weiß, wie. Das war zu weit weg. Das war das. Aber es war zumindest... Also, ich wollte eigentlich umbringen. Ich gebe es zu. Aber du hast es noch auf die Matte knapp geschafft, auch wenn das wieder eine Betonmatte sein scheint. Ja, das ist so ein Dragon Ball Z Kampfring. Ah! Vom großen Turnier. Ich verstehe. Zu nah, zu nah! Wird das ein Triple-Foul für jeden von uns? Das wäre peinlich. Das wäre vor allem bitter. Gibt keine Punkte. Komm, jetzt aber wenigstens ein guter Versuch. Komm, du machst das Ding. Ah! Er hat dich nicht gedreht. Ich weiß es nicht, was er heißt. Er stand in der Luft wie ein junger Gott. Da weint er. Da weint er. Ja, ich wein auch gerade. Was tut er schlecht? Macht er einen Facepart? Es ist mehr... Okay. Ich habe meine letzte Chance. Wird das noch was? Vielleicht muss man noch eine Taste. Gute Anlaufgeschwindigkeit. Und da geht er hoch und ist zu nah dran und wir versauen. Gibt es vielleicht noch eine Taste? Ich glaube, man kann in der Luft korrigieren. Ich weiß aber immer noch nicht was. Vielleicht lernen wir das irgendwann mal. Ja, vielleicht lernen wir es irgendwann nochmal, aber nicht mehr in diesem Video. Das war unsere Runde mit Track & Field. Wir sind bis zum Ende immerhin durchgekommen, haben leider die letzte Disziplin nicht geschafft, aber konnten alle zeigen, was schon mal gut ist. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass wir die letzte Disziplin nicht geschafft haben, weil sonst fängt es einfach wieder von vorne an. Exakt. Der selben Score, aber man fängt wieder von vorne an mit 100 Meter Dash. Also wenn man das Ganze auf Highscore spielen möchte, dann macht man immer und immer weiter. Aber es ist halt kein neuer Content mehr. Du kannst nochmal... Bist du jetzt da drauf gegangen? Nee. Du kannst nochmal auf One Player B zum Beispiel gehen. Ja, genau. Weil da kann man nochmal zeigen, dass Track & Field durchaus so nett ist, dass man einzelne Disziplinen üben kann. Das heißt, du kannst jetzt nochmal bei Highjump reingehen zum Beispiel. Genau, wir üben jetzt einfach nochmal Highjump und gucken mal, ob ich... Jetzt ist Qualify Cup 32, also musst du noch höher springen, warum auch immer. Vielleicht ist B stärker als A. Ja, das war... Ich glaube, du musst in der Luft noch was machen. Ja. Es ist nicht nur Hochsprung. Gibt es eine elektrische Bedienungsanleitung? Ich glaube nicht. Gibt es irgendeine Bedienungsanleitung hierfür? Ich glaube nicht. Vielleicht online. Ich gucke gleich nochmal nach. Ja, sonst machen wir nochmal ein Video. Track & Field Highjump. Wie macht man den Highjump in Track & Field? Ja, ich kann das noch ändern. Mit rechts und links ändere ich den Grad. Aber ich weiß nicht, in was ich ändern muss tatsächlich. Wenn jemand von euch da draußen der absolute Track & Field Champion ist, dann kann er uns natürlich auch gerne erklären, wie die Highjump funktioniert. Am besten ein Video machen, dann verstehe ich das auch am meisten. Schrecklich. Ich bin einfach dagegen gelaufen. So macht man das. So macht man das. Und da weine ich. Bittere Tränen. Salz. Salz. Salz, schreust du. Oder Schuppen. Ja. Gut, das war's mit Track & Field. Wir haben alle das Disziplin gezeigt. Uns hat Spaß gemacht. Ein Button-Masher-Spiel, was den kompetitiven Modus gut herausfordert. Im Endeffekt hast du, glaube ich, sogar gewonnen, weil du mehr Highscore hattest. Und die Highscore wird sogar jetzt auch oben links angezeigt. Ich weiß nicht, ob sie gespeichert wird. Aber Jamaika-Jack probiert jetzt noch ein bisschen Highjump. Ja, ich hab's verglichen. Also tatsächlich hat man in A einfach nur weniger Qualify. Vielleicht ist es einfach leichter. Vielleicht auch das. Ja, ich pausiere hiermit. Du pausierst und wir beenden hiermit. Ja, dankeschön. Dankeschön. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald.